ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind bis zum Brotzeihbähnchen. Ich habe es geschafft. Ich muss vielleicht noch etwas abbrechen. Ich musste bei meiner Gitarre wieder ... Ich war im unerschönen Weinkeller hier. Ich habe hier einen Schattel Petrus. Ich habe die schwierige Aufgabe bei der saufenden Fraktion, dass ich die Weinkeller leer saufen muss. Für die Leute, die nur noch Kamillenteile trinken. Und einer muss ja die schwierige Aufgabe übernehmen. Und das bin ich eben. Und ich habe mit meinen Schwestern und Brüdern der Heidsarmee einen lässigen Trick gehabt. Ihr habt das sicher schon gesehen. An der Weihnachten, wenn sie manchmal musizieren, die haben immer einen Stempel. Also mindestens ein Instrument. Und darum habe ich jetzt auch an meiner Gitarre einen Stempel. Und die Auffallend ist bei der Heidsarmee, dass vor allem Blösser immer ein Stempel sind. Und die, die Gitarre spielt, keine. Weil die braucht drei Griffen. Dann braucht sie eine Stempel. Aber ich sage, am nächsten Mal ... Jetzt werde ich hier. Ich brauche schon noch Blasenbrüllen. Ich schnurre einfach, bis da keine Dimmel drauf ist. Irgendwann gehen ihm schon noch ein paar Dreien aus.